Also es gibt hier einen, äh, äh, kennst, die kennst du bestimmt, äh, vom, vom Namen her zumindest, würde ich mal schicken, Tim. Äh, Blue Wetslow, Mr. Fruit, About Time Joey, schon mal gehört. Perfekt, die Gegner von gerade sind wieder im Gegner-Team. Ich habe euch gesagt, wir hätten aufhören sollen. Ich möchte nur kurz hier betonen, ja? Ich habe es euch gesagt und ihr habt gesagt, ja, wir warten doch nicht fünf Minuten, um dann einfach in das nächste Match mit den SELT 9 rein zu joinen. Das ist so viel für eine Scheiße. Offen, wichtig, doch, Julian. Offen, wichtig, doch. Ja, das machen wir jetzt. Also, aber, ich muss, aber eine Sache muss ich dazu mal loswerden. Es ist einfach Lacher, wie unfassbar, mit welcher, na, mit welcher, mit welcher, mit dem Nuss, Overwatch, ja, unsere Moral bricht. Ja, ihr denkt natürlich, kommt, wisst ihr was? Ja, ihr entscheidet euch, ihr seid wenigstens Erbsieger-Metalität und sagt, nein, wir geben uns nicht mehr in die Lage zu fliegen, wir geben euch die selten toxischen Gegner ein. Wieder besseren Wissen-School-Metalität. Oh ja. Offen sind die Kerna nicht nur in toxischen, äh, für den Match-Lot drücken. Ich kann sagen, die Moira hat nicht bekommen, mit einer Bull-O sein. Ich bin die Moira. Ne, ne, die sind Moira. Ich versuche jetzt einfach die ganze Zeit Widow random side-shotten. Gerade eben hat's schon geklappt. Ich glaube, wir haben nichts besser gebrauchen als random. Aufgrund der Maid, der spielt nämlich mal einen anderen Tank. Er spielt einfach nur Widow, ne? Er wird es in meiner Frau nicht weggreifen. Oh, hier? Okay. Ja, ich bin dabei. Ja, hat wieder, ich glaube. Mach um wie lange es dauert, bis er von Widow wegsteigt. Ja, klar. Nein, meine Kugel hat mich im Stich gedreht. Ah! Der Brache hat mich auf meine Feinde! Der Brache hat mich auf meine Feinde! Der Brache hat mich auf meine Feinde! Oh, Leute! Oh, Leute! Da gehen sie raus, da sind sie rausgekürtet. Da sind sie rausgekürtet. Nach dem Hanso-Headshot sind sie rausgekürtet. Nach dem Hanso-Headshot sind sie rausgekürtet. Da sind sie rausgekürtet. Da sind sie rausgekürtet.